Auf geht's, auf geht's, auf geht's! Auf geht's! Wir schreiben die 13. Spielminute im heuer Kolbenschlagstadion und da geht's im wahrsten Sinne des Wortes, Schlag auf, Schlag der TSV Werner, erneut erfolgreich, diesmal Torschütze mit der Nummer 11, Justin Elsner, neuer Spielstand in der Gegendung, TSV Werner gegen den SV Werner, aber 3 zu 1. Musik 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 Let's see you ladies here, let's see you ladies! Let's see you ladies here, let's see you ladies! Let's see you ladies here, let's see you ladies!